Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und heute möchte ich mit euch über das Aufwärmenformspiel sprechen und wie ihr das vielleicht ein bisschen effektiver gestalten könnt. Also, lasst uns loslegen. Was wir als allererstes einmal wissen müssen, ist, dass das Aufwärmenformspiel nicht nur sportwissenschaftlich möglichst effektiv sein muss, sondern es auch einfach Rituale sind. Ja, das heißt, es kann Sachen geben, die vielleicht sportwissenschaftlich und aus leistungstechnischer Sicht keinen Sinn ergeben, aber für eure Spieler genau das Richtige sind, weil sie es als Ritual brauchen. Klassisches Beispiel, das Dehnen. Ja, häufig ist es so, dass Spieler entweder hier an der Wand vorm Spiel oder irgendwie im Kreis, ja, je nachdem wie sie es machen möchten, ja, sich irgendwie dehnen. Okay, Dehnen ist schon seit, ja, Jahrzehnten quasi ein Thema aus sportwissenschaftlicher Sicht, das ist ganz, ganz klar. Vor dem Handball, ja, vor sehr explosiven Sportarten für Feldspieler ist Dehnen nicht leistungssteigernd, sondern leistungsschwächend. Ja, ganz, ganz einfacher Hintergrund, Muskeln sollen möglichst schnell kontraktieren. Ja, das wird so gemacht, zack, der Muskel kontrahiert, bam, bam, bam. Was beim Dehnen gemacht ist, der Muskel wird auseinandergezogen, der Muskel wird also länger. Er hat einen längeren Weg, um zu kontrahieren, also ist es nicht so gut für die Explosivkraft. Deswegen seht ihr auch keine Sprinter, ihr seht nicht, die Usain Bolt vorm 100 Meter Sprint sich dehnen, ja, und seine Muskeln länger ziehen, weil er braucht kurze Muskeln, die schnell kontrahieren. Also, das ist aus sportwissenschaftlicher Sicht, da gibt es auch gar keine Zweifel dran. Für einen Torwart sieht es anders aus, der braucht natürlich eine andere Bewegungsfreiheit als die Feldspieler. Und auch für die Feldspieler kann man natürlich so mit Mobilitätsübungen den Dehneffekt herstellen, den man braucht. Aber dieses klassische Dehnen ist an sich erstmal leistungsschwächend. Aber es gibt ganz, ganz viele Spieler, die vielleicht schon so zum älteren Semester gehören, für die das ganz, ganz normal ist, für die das ein Ritual ist, die denken, dass sie das brauchen und weil sie es denken, dass sie es brauchen, brauchen sie es auch wirklich. Und wenn ihr denen das wegnehmen verbieten würdet, dann würden die sich entweder verletzen oder schlechter spielen. Ja, das heißt, die Psychologie hat natürlich einen riesengroßen Anteil. Das heißt, auch so Sachen wie denen kann man natürlich beibehalten für Spieler, die das brauchen, auch wenn es aus Performance-Sicht keinen Sinn ergibt. So, jetzt sprechen wir nochmal über ein paar andere Sachen. Je nachdem, wie es bei euch abläuft, habt ihr vielleicht dann vorm Spiel auch noch so, dass sich die Spieler gegenüberstehen und einfach ein bisschen einpassen. Dann stehen die hier so, haben immer zu zweitem Ball, passen sich ein mit dem Ziel, Wurfarmarm machen. Das kann man natürlich noch mit anderen Sachen verbinden, um danach schon ein bisschen spielnäher zu arbeiten. Das heißt, man kann natürlich den Wurfarm schon im Aufwärmprogramm mit dem Laufenden davor ein bisschen erwärmen, auch schon mit dem Terrabant oder mit anderen Resistance-Wändern schon den Wurfarm ein bisschen erwärmen und dann dieses Passen zum Beispiel abändern gegen den Passen von Rückraum links zu Rückraummitte zu Rückraum rechts. Dann hat man nur einen Ball. Zack. Ich nehme hier noch einen Spieler mit zu. Wir haben die drei Rückraumpositionen besetzt und wir passen immer stoßenderweise auf diese drei Positionen. Wir haben damit laufen, haben damit stoßen. Wir haben direkt hier die torgefährliche Ausrichtung Richtung Tor, das Abdrehen passen, das Zurückziehen. Das ist deutlich, deutlich dynamischer und spielnäher, als sich einfach nur gegenüberzustehen, dem Ball zu passen. Gleichzeitig sind diese Pässe natürlich auch nicht lang und helfen damit natürlich auch der allgemeinen Erwärmung des Wurfarmes und der allgemeinen Erwärmung mehr Bewegung. Ja, solche Sachen kann man dann machen. Muss man natürlich gucken. Das ist an sich jetzt ja keine intensive Übung, aber es kann auch sein, dass wenn ihr wirklich im richtigen Amateurbereich unterwegs seid, dass selbst das für eure Spieler anstrengend ist und dass ihr dann eure Spieler zu viel überbelastet im Aufwärmprogramm. Das heißt, ich kann euch natürlich kein Aufwärmprogramm geben, was für jede Mannschaft das Beste ist, aber ihr müsst es halt nur ein bisschen auf eure Mannschaft anpassen, dass ihr zum Beispiel besser eine spielnahe Passstoßen-Rückstoßen-Situation habt, als einfach nur sich gegenüberstehen und den Ball zu werfen. Er ist auch gerade dabei, wenn ihr noch irgendetwas verbessern möchtet für das Spiel. Klar sehen wir das in der Bundesliga ganz anders. Das liegt aber auch in der Bundesliga einfach an Ritualen und es liegt einfach daran, dass das komplette Spieler sind. Die können vernünftig stößen, die stoßen, die können vernünftige Kreuzungen. Die arbeiten einfach nur, um sich aufzuerwärmen in dem Bereich, wie sie sich am besten fühlen, mit dem Athletiktrainer, mit dem Mobilitätscoach vielleicht noch, was sie jeden Tag machen und dann auch an jedem Wochenende. Das heißt, wir können uns da kein Beispiel in der Bundesliga nehmen, wie die Aufwärmen machen. So, das heißt, das sind Sachen, die wir machen können. Dann natürlich Torwart einwerfen, kann man auch besser lösen, als einfach nur einen hinzustellen, dann baff, 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 links, rechts werfen. Man könnte zum Beispiel in Zweierrhythmen werfen, dass man auch, wie gewohnt, zwei Linien macht und dann immer nur ein Ball links, ein Ball rechts, also bam, bam, Bälle halten, zack, zack. Dann hat er eine kurze Pause, soll sich in der Mitte wieder aufstellen, dann wieder zack, zack, Mitte aufstellen, zack, zack. Ja, weil das einfach deutlich spielnäher ist. Im Spiel kommt es nie vor, dass 14 Würfe hintereinander kommen, abwechselnd, kurz, flach und langflach. Das kommt nicht vor. Aber es kommt vielleicht eine Doppelbelastung vor, ein Doppelberuf. Ja, das sind dann auch Sachen, die deutlich, deutlich spielnäher sind und euren Torwartern auch ein besseres Gefühl geben, wenn sie wissen, okay, ich habe zwei Aktionen, bam, bam, ich halte beide Aktionen und kann mich dann auf die nächste Aktion konzentrieren. Ja, über solche Sachen könnt ihr euer Aufwärmen deutlich spielnäher gestalten, euren Spielern ein besseres Selbstvertrauen geben, euren Spielern, ja, einfach effektivere Übungen geben, damit ihr dann schon schöner ins Spiel rein startet. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao.